Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir heute einfach mal anhand des Tarots mit sieben Karten herausfinden möchten, was ist womöglich dein Hauptproblem, was für eine Lösung gibt es für deine Situation, was ist die Suche, nach der du strebst, was sind die Hilfestellungen, die du womöglich bekommst, wo führt deine Klarheit dich hin, was sind Hindernisse. Also ich möchte heute anhand des Tarots einfach mal deine Situation analysieren, darstellen und versuchen dir eine Stütze anhand dieser Legung heute zu sein, um ein bisschen mal den Fokus in andere Richtungen, auf eine andere Art und Weise zu legen. Okay, wir schauen einfach mal, das Tarot sagt heute Alena, heute ist ein Wandlungsprozess am Start, wir haben auch heute Portaltag und wir werden diese Energien einfach mal nutzen, um mal zu schauen anhand von sieben Karten, wo deine Reise mit dich hinführt und wie deine aktuelle Situation gerade ist. Okay, Leute, gesagt, getan, bitte konzentriert euch auf euch, okay, als erstes will ich schauen, wie ist deine Anfangsenergie, das heißt, ich werde eine Bonuskarte ziehen, die ich mir gerade spontan habe geben lassen von meiner geistigen Welt, dass ich das machen sollte. Eine Bonuskarte, okay, eine Bonuskarte, ja, die Erleuchtung, guck mal, es geht schon um Erleuchtung, es geht schon um Wegweisung, es geht schon um Zuversicht, es geht schon um geistige Welt, die um dich herum ist und die dich wahr leitet. Leute, guck mal, ich wusste schon, dass heute eine Bonuskarte kommen sollte, unglaublich, deine Energie ist wirklich, du bist in der Zuversicht, du bist im Vertrauen, du bist in der Hoffnung, in der Bereitschaft, ja, du bist dabei wirklich, deinen Weg zu finden, zu gehen, du bist auf der Seite der geistlichen Welt, das heißt, du bist beschützt, du bist behütet, du bist wirklich ein sehr begabter spiritueller Mensch, womöglich auch, ja, oder bist gerade dabei, deine Spiritualität zu entfalten. Hupp, diese Karten sind ganz neu, ja, die benutze ich heute das erste Mal, deswegen lassen sie sich noch nicht so gut mischen, das ist das, guck mal, Leute, wir haben angefangen, die Energie der Erleuchtung, ja, der geistigen Welt, das ist die Karte der Seelenpartnerschaft, die Karte der Liebe, das ist mein Tarot der Nacht, das sind so reale Karten, Leute, schaut mal, es geht sich hier um die wahre Liebe Seelenkonstellation, die Erleuchtung, unglaublich toll, das möchte ich heute direkt mal auch so stehen lassen, wir machen das jetzt mal anders, weil ich finde es doch, dass diese Legung heute ihre eigene, könnt ihr das so ein bisschen sehen, Leute, ich versuche das mal so, okay, wir machen das jetzt einfach mal so, damit ihr diese Karten auch sehen könnt, so, wir schauen mal, wow, unglaublich, wundervoll, Seelenpartner, schaut mal, geistige Welt um euch herum, ja, Inspiration, Heilung, das ist auch die Karte der Heilung, ja, dass man von dem Schmerz loskommt, dass man sich gegenseitig heilt, unbewusst, bewusst, okay, wir schauen einfach mal, eins, zwei, drei, vier, wir machen, guck mal, die Karten sind so toll, Leute, ich zeige euch die gleich mal, ja, also es ist hier, wow, das ist das Tarot der Nacht, das ist einfach nur sensationell, wow, es ist, schaut mal, was für tolle Bilder, Leute, schaut mal, ich benutze das heute zum ersten Mal, ich habe dieses Tarot seit Monaten, aber es war noch nicht die Zeit, dass dieses Tarot reden wollte und heute sagt es, Alayna, ich möchte reden, wow, wow, herzlich willkommen, willkommen zu Hause, mein liebstes Tarot, okay, ich lese jetzt mal die Karten hier an Seite, was haben wir hier, wir haben jetzt nicht nur die Konstellation der Seelenpartner, Leute, nicht nur die Konstellation der Heilung, der Bereicherung, der Veränderung, der Führung der geistigen Welt, sondern hier geht es auch darum, dass du deinen eigenen Wert wirklich erkennst, was sind deine Träume, wonach suchst du, du suchst einfach diesen Herzschmerz, schaut mal, Leute, ja, das ist die Karte der drei der Schwerter der absoluten Herzschmerz, ja, der Enttäuschung, des Verlustes und das ist die Karte der Erleuchtung, der Heilung, unter anderem, okay, das Tarot hat viele Bedeutungen, hier geht es darum, dass du einer von den Energien, von den Menschen bist, die eine große Enttäuschung hinter sich haben, ganz viel Schmerzen erlitten haben, sowohl im familiären, im partnerlichen, wonach du strebst, es endlich loslassen zu dürfen, endlich zur Ruhe zu kommen, ja, endlich wirklich deine Suche nach diesem Seelenfrieden, nach diesem Seelenpartner, nach dieser Seelenpartnerin, ja, den richtigen Weg einschlagen zu dürfen, zu können, ja, dass dieser ganze Schmerz endlich loslassen kann, dass deine Verwirrung loslassen kann, dass das, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst, ja, dass das, auch wenn es ein bisschen verzögert kommt, dass es überhaupt eintrifft, deine Suche ist einfach die Suche nach Ruhe, nach Heilung, ja, nach Akzeptanz, nach endlich diese Einsamkeit loszulassen, den Schmerz loszulassen, die Unruhe loszulassen, diesen ganzen Verlust, alles, was in dir drinnen geschlummert hat oder noch schlummert, dass du dich befreien kannst, deine Suche ist, diesen Heilungsprozess endlich loszulösen, endlich zu vollenden, endlich in die Klarheit zu kommen, schau mal, unglaublich, ja, deine Suche ist, deinen Seelenpartner, deinen Herzensmenschen näher zu kommen, sich auszubrechen, diesen letzten Kraftaufwand vielleicht nochmal zu machen, zu sagen, wir müssen hier einen Dialog finden, ich liebe dich, ich möchte einfach wirklich mein Herz schützen vor Enttäuschung, vor Angst, vor Ablehnung, was auch immer, es ist die Zeit, das zu beschützen, was du liebst und du liebst dich, du liebst dein Leben, okay, also setze alles daran, dass diese Suche nach diesem Herzschmerz, den du hast, nicht nur beginnen kann, sondern sich lösen kann, damit dieser Schmerz aufhört, damit du in die Vollendung gehen kannst, okay. Die Hindernisse, die wir haben, ist wirklich, guck mal, wir haben hier wirklich Schwerter, Schmerzen, Leute, hier geht es darum, um Menschen, die ganz viel Schmerz leiden, ob sie mit diesem Herzensmensch zusammen sind oder nicht, wir haben hier Energien, die wirklich ganz viel ertragen mussten, ja, wir haben hier narzisstische Beziehungen, wir haben hier Sturheiten, wir haben hier Egos, wir haben hier Distanz, Missverständnis, ja, Annäheren an Seelenpartner und wieder Abweisungen, wir haben hier wirklich Menschen, die die Hindernisse sind, dass du manchmal dein größter Feind sein kannst, ja, dass du einfach über diesen Schmerz nicht hinwegkommst, dass du einfach Heilung willst, aber du hast die Kraft im Moment nicht, ja, du blockierst dich durch deine Egos, durch dritte Personen, die dich manipulieren womöglich, ja, du lässt dich von der Energie von deinen Gegenübern vielleicht oft zu Boden zwingen, deine Einsamkeit, deine Trauer, deine Unsicherheit, okay, deine schlaflosen Nächte, deinen ganzen Gedankenkarussell, wir haben hier auch Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, wir haben hier Frauen, die aufgrund einer Schwangerschaft vielleicht auch verlassen worden sind, wir haben hier auch Männer, die, ja, die auf einmal zeugungsunfähig sind, passt es auf eure Situation an, okay, Situation, Glaubensrichtung, Geschlechtsorientierung, das Ding ist einfach, der Hindernis ist, dass du aus diesem Schmerz nicht rauskommst, du wünschst dir Befreiung, du wünschst dir Heilung, ja, du wünschst dir jemand, der treu ist, aber du schaffst es nicht, weil dein Schmerz einfach zu tief sitzt, du musst auf die Füße kommen, ganz eigenständig, okay, was für Hilfestellungen kriegst du? Du kriegst wirklich die Hilfestellungen, nicht nur der geistigen Welt, okay, sondern du hast hier jemanden aus der Distanz, jemanden, der vielleicht weiter weg wohnt, jemanden, mit dem du weniger Kontakt hast, aber auf den du dich verlassen kannst, immer wenn es nötig ist, ja, du hast hier Hilfestellungen, immer und dann, wenn du anfängst, diesen Schmerz zu lösen, diesen Liebeskummer rauszulassen, du bist deine größte Medizin, okay, du bist diejenige oder derjenige, der aus eigenständiger Kraft, wirklich, sobald du eine Entscheidung getroffen hast, rauszukommen aus diesem Loch, wirst du es schaffen. Die Hilfe ist, geh in das Vertrauen rein, geh in deine innere Kraft rein, du hast Menschen von außen, die dir zwar nahestehen, aber ein bisschen weiter weg sind, ja, du hast Therapeuten, du hast Psychologen, du hast die geistige Welt, die dir helfen wird, aber als erstes musst du dir helfen. Die Hilfestellung, ja, ist, dass du verstehst, dass nur du alleine die Position hast und die Macht hast, die Gabe hast, dich aus diesem Loch zu ziehen, das Liebeskummer rauszulassen, die Zweifel rauszulassen, die Unruhe rauszulassen, ja, diese Negativität rauszulassen und ab deine Krone zu richten, weil deine Seele schreit danach, wirklich zu heilen. Und dein Seelenpartner, dein Herzensmensch, je eher du in die Heilung kommst und einen Cut machst mit dem, was dir geschadet hat, vielleicht einen neuen Menschen, der dein Seelenpartner sein kann, kennenzulernen, ja, oder was zwischen euch war, Antakta zu legen und auf der Ehrlichkeit heraus, ja, wirklich auf deinen Seelenpartner wieder zuzugehen oder ihnen den Raum einzuräumen, auf dich zuzugehen. Wenn du es lernst und schaffst und erkennst, dass du an erster Stelle an dir arbeiten darfst, um dich zu befreien, gebe alles in die geistige Welt. Alles wird gut, schnell und einfach, immer und dann, wenn du dich entscheidest, okay? Was ist hier die Klarheit? Was ist die Hoffnung? Was ist vielleicht die Wegweisung, was wir hier haben? Schau mal. Wir haben hier alles Schwerter. Schwerter sind immer Probleme, Kaltheit, Konflikte, okay? Hier geht es darum, diese Enttäuschung, Leute, wir sind hier in einer Energie von Seelenpartner, von Herzensmenschen, von Menschen, die absolute Enttäuschung haben, absolute Probleme, absolute Konflikte gerade am Bewältigen sind, okay? Löse dich von dem, okay? Immer und dann, wenn du einen negativen Gedanken in einen positiven transformierst transformierst und deine Perspektiven änderst, den letzten Kraftaufwand wachst, werden die Sachen besser. Wir haben hier Menschen, die Gerichtsurteile haben, ja? Die negativ ausgefallen sind, die halt nicht das Recht zugesprochen haben und deswegen enttäuscht sind. Wir haben hier Menschen, die einfach familiär Konflikte haben, gesundheitliche Probleme. Pass es an. Du entscheidest, okay? Die Klarheit beginnt dann und wann, immer und dann. Wirklich, ja? Hier, wenn du diesen Kummer an Seite packst, wird es besser werden. Guck mal, wir haben schon wieder das Sechs der Schwerte. Leute, dir geht es wirklich um Feinde, um Menschen, die dir Konflikte bereitet haben, okay? Dein Hauptproblem ist, dass du eine Enttäuschung hast. Das ist dein Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass du enttäuscht bist von dir, von deiner Umwelt, dass man deine Gefühle verletzt hat, dass man dich ausgenutzt hat, dass man dich hintergangen hat, ja? Dass man dich in eine tiefe Depression geworfen hat, womöglich, dass man dich verlassen hat wegen einer Schwangerschaft, womöglich auch, okay? Dass man hier einfach dir den Boden unter den Füßen weggerissen hat, aus welchen Gründen auch immer und dein Schmerz ist momentan so groß, deine Enttäuschung ist groß, ja? Du vertraust einfach nicht mehr. Du weißt nicht, wie du nach vorne schreiten kannst. Leute, schaut mal. Ihr, das Hauptproblem ist, einfach diese mentale, rationale Seite, dieses Ego, dieser Schmerz, dieser unbändige Schmerz, der dich nicht nach vorne schreiten lässt. Das ist dein Hauptproblem. Dein Problem ist, Entschuldigung, enttäuscht worden zu sein von diesen Menschen, die dir wichtig sind, ja? Von diesen Ereignissen, dass du nicht diese Unterstützung bekommen hast, dass du einfach komplett enttäuscht bist, voller Schmerz, voller, äh, alle möglichen. Dein Hauptproblem ist wirklich der Schmerz, okay? So, jetzt schauen wir einfach mal, wie kann deine Reise beginnen? Deine Reise, guck mal, auch wieder, wir haben alles, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schwerter, das ist unglaublich. Was solltest du machen? Du solltest dir erstmal Ruhe gönnen, ja? Aus dieser Depression rauszukommen, aus dieser Entschöpfung rauszukommen, aus dieser Kälte herauszukommen, aus dieser Einsamkeit herauszukommen, die Blockaden zu lösen. Nehme dir die Zeit, die du brauchst, ja? Nehme dir diesen Rückzug, den du brauchst. Nehme dir wirklich diese Zeit, um wieder nachzudenken, wie du den Weg wieder in die Hoffnung findest, in den Glauben findest, in die Heilung findest, den Weg zurück zu deiner Seele oder auch zu deinem Seelenpartner, trotz aller Hindernisse. Vielleicht ist dein Seelenpartner, dein Herzensmensch, noch nicht einmal das Problem. Vielleicht sind das ja andere externe Probleme, aber aufgrund dessen, dass ihr vielleicht gerade in einem Disput seid, ziehst du dich auch von demjenigen zurück oder eher von dir. Okay? Heute hat das Tarot viele Sachen. Das Problem ist einfach nur, dass wir hier wirklich sehen, dass du dir einfach diese Zeit nehmen musst. Es ist wichtig, dass du dir diese Zeit nimmst, um wirklich hier im Einklang zu sein mit dir selber. Suche dir diesen Freiraum und diese Notwendigkeit, zur Ruhe zu kommen, damit du aus Krankheiten, Erschöpfungen, aus allem dem, was gerade dein Chaos ist, diese negative Welle, die dich womöglich gerade umhüllt, rauskommen kannst. Leute, nicht, dass das Tarot heute negativ ist, sondern wir haben hier wirklich Energien, die heute echt total krass, auch heute ist der 2. November Portaltag, ja, meine Videos sind zeitlos, aber dieser Portaltag bringt uns auch eine Energie, die sehr bedrückend ist, die uns dazu animiert, unsere Themen uns anzugucken und unsere Ketten zu befreien, unsere Schmerzen zu lösen heute, um endlich in die Befreiung zu kommen. Warum? Das ist der Start, was ich dir gerade gesagt habe. Okay? Was ist die Lösung? Die Lösung ist, hier geht es um Schwangerschaften, hier geht es um Fehlgeburten, hier geht es um wirklich einen neuen Weg zu beginnen. Hier ist wirklich, das Ast der Schwerter ist, die Konflikte loszulassen, zu triumphieren, die Möglichkeiten zu nutzen, wirklich neu zu starten, auch diese Schwangerschaft, die ein bisschen gefährdet ist, auch diese Fehlgeburt, ja, auch diesen Verlust eines geliebten Menschen, auch diese womögliche Trennung, auch diesen ganzen Herzschmerz, alle Konflikte, die du gerade am Austragen bist, die Depression, die Unsicherheit, der Seelenschmerz, alles, dein Ziel ist und deine Lösung und dein Rat des Tarots ist, du wirst am Ziel kommen, um diesen Seelenschmerz zu heilen, mit dieser Seelenkonstellation zusammen zu sein, immer und dann, wenn du auf die geistige Welt vertraust, auf dich vertraust, okay, alles angehst, was du anzugehen hast, wenn du wirklich anfängst, das Leben, die Farbe zu geben, die ist nötig oder die dich glücklich macht, ja, aber alles zu machen, was nötig ist, damit du in die Ruhe kommst, okay, dass du dir deinen Schlaf gönnst, dass du wirklich hier dich vor schlechten Menschen, vor schlechten Energie schützt, ja, dass du alles Negative in dir loslässt, okay, dass du frohen Mutes anfängst, zurück ins Leben zu finden, dass du einen letzten Kraftaufwand machst, dass du in die positive Energie gehst, dass du dich traust, wirklich ohne Rücksicht auf andere Personen die Heilung anzunehmen, in die positiven Affirmationen zu gehen und diesem Herzensmensch auch sagen zu können und zu dürfen, was dich stört oder allen anderen, die dich verletzt haben, nicht nur zu verzeihen, aber auch auf eine respektvolle Art und Weise zu sagen, hey, das ist gerade nicht gut, Hanni, das schadet mir, ich möchte das nicht mehr. Hier geht es darum, dass deine, dein Ziel ist es, ja, deine Lösung ist es, dein Ergebnis ist es, einen Schlussstrich zu ziehen mit der Vergangenheit, alles aufzuarbeiten, was dir schadet, den ganzen Schmerz rauszulassen und die Heilung und die geistige Welt in dir wirkeln zu lassen, damit dein Seelenfrieden passieren kann und damit diese Seelenkonstellation sich wiederfinden kann und auch geben kann, okay, geh in das Verzeihen. Leute, hiermit möchte ich mich verabschieden, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, ja, danke, dass ihr meinen Kanal abonniert, danke auch, dass wenn ihr neu in meinem Kanal seid, dass ihr meinen Kanal auch wirklich abonniert, dass ihr euch alle Videos anschaut, meine Videos sind zeitlos, ja, immer wenn eure Intuition euch zu einem meiner Videos führt, ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese Nachrichten zu hören, beschützt, guck mal, diese Engelskarte, da habe ich heute gezogen, die Karte der Seele, ja, beschützt das, was du liebst, schau mal, beschützt das, was du liebst, ja, dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht, beschütze also das, was du liebst, Leute, das ist heute die Message, bitte verzeiht meine Stimme, wir hatten gestern einen fast dreistündigen Chat und ich habe gestern auch viel geredet und meine Stimme ist heute angeschlagen, schaut dieses Video an, ja, denkt nicht, dass das negativ ist, ganz im Gegenteil, hier geht es darum, um deine Seele zurück in deinen Körper zu holen, zu holen, deine Befreiung an den Start zu legen, dich dazu zu bringen, zu erkennen, dass jeder Schmerz krass ist, ja, aber notwendig ist, um uns selber zu erkennen und zu reifen und zu wachsen und uns diese Chance zu geben, uns endlich von diesen Ketten zu befreien, du hast die Möglichkeit, nicht nur einer neuen Schwangerschaft, ja, sondern wirklich dein Leben komplett neu zu strukturieren, Leute, nehmt dieses Angebot des Lebens an und gebt dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht, ja, denkt dran, immer wenn eure Intuition euch zu mir führt, ist genau der richtige Moment, um diese Messages zu hören, hört diese Message immer und immer und immer und immer wieder an, das Ziel ist, dein Glück zu finden, deine Liebe zu dir selber zu finden, die Liebe zu deinen Partnern, die Liebe zum Leben, also gebe dir die Chance, wirklich alles, was in deiner Macht steht, ähm, zu geben, um dein Leben wieder zu stabilisieren, okay, Leute, also glaubt an euch und, ähm, ihr seid beschützt von der geizigen Welt, eure Wunden werden heilen, aber solange wie eine Wunde noch am Tropfen ist, ja, noch leckt, okay, noch am Bluten ist, wird sie immer auf andere tropfen, das heißt, heile erstmal deinen Schmerz, bevor du an irgendeine weitere Partnerschaft denkst, bevor du an eine weitere Schwangerschaft denkst, bevor du an irgendetwas denkst, was dich dazu verleiten lässt, einen Fehler zu machen, okay, saniere erstmal dich, heile deine Wunden und dann schreite frohen Mutes ins Leben, weil der Neubeginn ist da, du musst einfach wirklich nur Mut haben, auf dich und auf die geistige Welt zu vertrauen, gebe deinen ganzen Ballast in die geistige Welt, gebe alles an Gott, an die Engel, gebe es einfach weiter und vertraue darauf, dass die geistige Welt wirklich Hand in Hand mit dir, okay, es schaffen wird, deine Situation zu verbessern und dich zurück ins Leben zu bringen. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns morgen, bis dahin, bye. Bye. Bye.